Hallo, wir sind Maria Bock, Matthias Heine, Ruth Maria Thomas, Florian Donat und Erik Schiesko. Und wir benötigen eure Unterstützung für unser Filmprojekt. Holger und Hanna und der Kanzler. Der Film beruht auf einer Theaterstückvorlage des Schweizer Autors Jan Demut. Darin verliebt sich Holger, gespielt von Florian Donat in Hanna, gespielt von Ruth Maria Thomas. Doch, Holger hat ein Problem, denn seine Eltern trennen sich. Verena und Gerhard. Das kommt ja heutzutage öfter vor. Ja, aber wie der Zufall es so will, verliebt sich Vater Gerhardt... Was? In Hanna. Nee. Tja, warum denn nicht? Holger hat es jetzt nicht ganz leicht. Zum einen muss er seine Schüchternheit überwinden, den Kalt zwischen seinen Eltern treiben und Hanna für sich gewinnen. Ob er das schafft, das erfahrt ihr... Leider erst im kommenden News. Und so lange dauert es noch, bis dieser Film hoffentlich mit eurer Unterstützung in die Kinos kommt. Und dazu benötigen wir noch Hilfe für die Refinanzierung der laufenden Kosten, für die Postproduktion und für die Planung und Durchführung der Premiere. Aber wenn sie Geld braucht, ist es mit der Liebe. Dafür versprechen wir euch, uns natürlich entsprechend zu bedanken. Wie das bei Crowdfunding-Projekten üblich ist, gibt es verschiedene Dankeschöne. Neben exklusiven Plakaten, Buttons oder auch DVDs könnt ihr als VIP-Gist zu unserer Premiere geladen werden. Oder auch im Absprung erwähnt werden. Oder auch Hauptsponsoren werden. Das ist doch mal was. Wie das tun können, ist recht einfach. Geht dazu einfach auf die Crowdfunding-Plattform startex.de und sucht unser Projekt unter Holger und Hanna im Bereich Filme. Oder gebt einfach den Link direkt ein. Informiert euch nochmal über unsere Ziele. Und klickt dann auf Unterstützen. Dann könnt ihr euch entweder bei Startnext anmelden oder als Gast über Paypal, Sofortüberweisung oder per normaler Banküberweisung Geld auf ein Fidor-Bankkonto einzahlen. Genau, denn wir erhalten das Geld nicht sofort. Denn es gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Sollte der Fall eintreten, was wir natürlich nicht hoffen, dass wir die veranschlagten 5000 Euro nicht zusammensammeln können, wird das gesamte Geld wieder an euch zurücküberwiesen. Nur noch ein paar erste Filmbilder, Make-im-op-Ausschnitte und die Musik-Om-Ziet-Prinz. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau. Holger, das endet noch nichts. Deine Mutter bleibt deine Mutter und ich bleibt dein Vater. Ich verstehe dich ja. Du verstehst den Scheiß. Und Barilla warst mit Augen scheiß. Du wirst absolut da scheiß gesteuert. Kinderficker bist du. Manche Leute sagen ja, der erste Eindruck entscheidet alles. Schiffst du jetzt oder was? Lass dich los. Aber ich glaube das nicht. Ein Fick. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bis bald. Bin bald. Mastre-loss. Das heißt, Lima. Du liebst gerne. Mein Junge. Nur ein Fliegen. Ist ja krank, ey. Pft. Untertitelung des ZDF, 2020